Wie messen die Wissenschaftler Neuromarketing-Prozesse? Thorsten Wilhelm, ein bekannter Usability-Experte, hat den Einfluss von Emotionen auf den Kaufprozess gemessen. Sie sehen, im Moment, wenn die Kundin einen gewünschten Artikel in den Warenkorb legt, dann entsteht ein Moment der Euphorie. Es sind also nicht nur die Produkte selbst, die Emotionen auslösen, es ist auch der Prozess des Einkaufens. Wilhelm nutzte zur Analyse ein Gerät, das den Hautleitwiderstand misst. Dieser Widerstand wird geringer, wenn der Nutzer emotional aktiviert ist. Etwa so wie feuchte Hände bei einem nervösen Flugpassagier mit Flugangst. Es ist also eine moderne Form eines Lügendetektors. Die Idee hört sich ja ganz nett an und klingt plausibel, aber wie verwendet man das im Alltag? Erwische ich die falschen Stupser, dann kostet es mich Umsatz, statt mehr Umsatz zu erzeugen. Woher wissen die Forscher das alles? Und vor allem, wie kann man es testen? Es gibt eine Reihe von Forschungsmethoden, die dazu geeignet sind, die emotionale Aktivierung der Menschen z.B. in einem Kaufprozess festzustellen. Forscher haben in diversen Experimenten Kunden unter Magnetresonanz-Tomografen gelegt, also klassische MRT-Geräte, wie sie in der Medizin verwendet werden. Gleiches gilt für die Hirnstrommessung, die medizinisch dazu benutzt wird, um z.B. neurologische Defekte zu erkennen. Es gibt uralte Assoziationstests. Schon Freud hat solche eingesetzt, um psychologische Grundmotive und Mechanismen zu testen. Das Wilhelm-Beispiel ist ein Lügendetektor, der misst den Hautleitwiderstand. Solche Geräte sind für 150 Euro bei Ebay zu bekommen. Ein klassischer Mechanismus, um zumindest die Aufmerksamkeitsverteilung auf einer Website oder in einem Design zu testen, ist Eye-Tracking. Hier werden die Pupillen der Probanden beobachtet, um zu gucken, wo sie über die Seite oder über eine Anzeige wandern. Das für uns relevanteste Testverfahren ist allerdings das sogenannte AB-Testing. Da das MRT, das EEG oder auch andere Labortests sehr teuer sind, nutzen wir unsere realen Kunden, die User der Website, um mit ihnen zu testen. Das heißt, wir brauchen eine ausgefeilte Analyse. Ohne Web-Analyse funktioniert nichts. Und wir setzen dann AB-Testing, also Vergleichstests auf, wo wir einmal mit und einmal ohne neuropsychologischen Reiz arbeiten. Dieses Beispiel von der Hamburger Forscherin Sabrina Duda ähnelt dem Beispiel von Thorsten Wilhelm. Sie sehen zur linken eine Produktseite von Zalando und rechts dazu die Emotionen der Kundin. Die Emotionen in diesem Fall sind vergleichsweise stabil. Es gibt also wenig emotionale Ausschläge. Sabrina Duda verwendet ein Hirnstrom-Messgerät, also eine Art EEG. Einer der größten deutschen Conversion-Optimierer, Andre Morris, sagt, ohne leistungsfähige Web-Analyse ist eine gewinnsteigernde Optimierung mit Methoden der Neuropsychologie nicht möglich. Sie müssen wissen, was passiert, was der User tatsächlich macht. Denn alles, was sie vorher tun und was sie in ein Experiment gießen, sind Annahmen, sind Hypothesen. Und ohne die echten Kennzahlen, ohne die wirklichen Werte über mehr Verkäufe oder weniger Verkäufe, können sie damit nicht arbeiten. Um das ganze System einmal zu zeigen, bedienen wir uns einer Grafik der Gruppe Nymphenburg. Das Hirnareal, in dem diese vorkognitiven Entscheidungen gefällt werden, nennt sich das lympische System. Die Gruppe Nymphenburg hat hier eine Art Landkarte des Gehirns gezeichnet, in der die verschiedenen Motivationslagen markiert sind. Sie sehen die großen Pole, Stimulanz, Dominanz und Balance und dazwischen die vielen, vielen kleinen Motivatoren. Treue, Macht, Kreativität. Und Sie können sich sehr leicht vorstellen, dass Ihre User sehr, sehr unterschiedlich sein können. Tatsächlich ist es auch so, dass ganze Unternehmen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Wer ist also Ihr Kunde? Die unterschiedlichen Segmente, die ich Ihnen gerade zeigen konnte, reagieren auf unterschiedliche Impulse. Wenn sie reagieren, das hatten wir bereits erwähnt, dann reagieren sie meistens in ähnlichen Situationen ähnlich. Das heißt, die Motivationslagen bleiben stabil. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Unternehmenspositionierung von der, wie sie der Kunde wahrnimmt, abweichen kann. Auch hier gilt es, in Form der A-B-Tests rauszufinden, was der Kunde wirklich meint, wo Ihr Unternehmen positioniert ist. Und nicht das, was Sie gerne hätten. Neuromarketing kann diese Wahrnehmung bis zu einem gewissen Grad ändern. Man kann die Marke verschieben. Man kann die Unternehmenswahrnehmung oder die Wahrnehmung einer Website verschieben. Denken Sie an eine Unternehmenswebsite oder einen Online-Shop wie Poco Domäne. Der ist vergleichsweise banal designt. Da steckt aber ganz viel Wissenschaft dahinter. Und dieses banale Design ist Ausdruck der Zielgruppenorientierung des Angebots. Ein sehr schickes Over-the-Edge-Design würde die Kunden vielleicht eher verprellen. Alles, was Sie an Best Practices zu sehen bekommen, auch in diesem Workshop, ist für Sie nur anwendbar, wenn Sie es selber getestet haben. Es sind nur Testhypothesen, Annahmen. Manche davon wahrscheinlicher, andere weniger. Befragungen helfen Ihnen als Methode hier nur sehr begrenzt weiter, weil es sich eben im vorkognitiven Bereich abspielt. Die Menschen neigen dazu, nach einem Kauf ihren Kauf kognitiv zu rechtfertigen. Möglicherweise ist das aber nicht tatsächlich das, was ausschlaggebend war während des Kaufprozesses. Hier sehen Sie jetzt ein paar Beispiele für lympische Typen, illustriert mit Grafiken. Wir kommen später noch zur genauen Sortierung. Was WebArts, die Firma von Andre Morris, an dieser Stelle zeigt, ist die Positionierung eines Unternehmens. Die grünen und blauen Flecken. Und diese Positionierung lässt sich verändern. Man kann ein Unternehmen zum Beispiel aus der Balance-Situation, also aus einer Sicherheitsperspektive, ein Stück weit höher treiben in die Dominanz-Ecke. Das wäre die Position, in der sich Apple zum Teil wiederfindet. Das wäre die Position, in der sich die Positionierung eines Unternehmens.